Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Lea ist mit am Start. Wir sind gerade in der Trampolinhalle in Hagen. Und zwar im Sprungwerk ist das. Ich und Lea sind hier jetzt die zweite Trampolinahne. Und wir werden jetzt ganz viele, Leute, ihr kennt es von mir, Touren-Challenges machen. Die 100. Touren-Challenge. Aber Leute, ihr mögt es doch so gerne. Und ich habe mir heute mal gedacht, ich mache das mal mit Lea. Weil Lea kann ja so gut touren. Und sie hat mir schon so oft Reiten beigebracht. Ja, oh mein Gott. Es hat geklappt. Deswegen dachte ich, wir kommen, ich bringe dir auch mal Touren bei. Ja. Komm, mach jetzt mal was Cooles. Was kannst du so? Was Cooles. Los, los, los. Und. Uwa. Uwa. Was ist gut? Mega gut. Okay. Ich sage, wir fangen mit dem allerersten Touren-Element an. Dafür gehen wir mal rüber. Wir fangen mit dem allerersten an. Das kannst du auch. Und zwar. Ja. Das kannst du, ne? Das kann ich. Okay. So, es geht alles. Und. Los geht. Und. Ja. Du hast dein erstes Punkt. Du hast dein erstes Punkt. Okay, okay. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Okay, Lea. Und. Oh. Ja. Ähm. Kriegst du es hin? Was? Also in der Tasche hast du dann. Ich glaube nicht. Komm, probier es aus. Probier es aus. Ja, komm. Lass mir Geld. Lass mir Geld. Lass mir Geld. Okay, Lea. Zu einem Turner gehört ja auch Balance. Gleichgewicht. Und dafür habe ich mir was ganz Schweres rausgesucht. Ein Gleichgewicht. Band. Cool. Ich mache es dir einmal vor. Das Traurige ist, ich weiß nicht mal, ob ich das selber schaffe. Ballon. Oh nein. Keine Ahnung. Lass es. Immer Arme gestreckt lassen. Okay. So. Und. Laufen. Oh. Ja. So. Lea, du bist dran. Du musst ran. Und. Ja. Ja. Arme gestreckt. Arme gestreckt. Ja. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist weiter als ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe mir das auch zu. Ich habe mir eine eigene Tool-Challenge geschlagen. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist wirklich richtig traurig. Lea, Gleichgewicht hast du schon mal gut drauf. Hast du super gemacht. Aber als nächstes kommt die Gelenkigkeit. Oh. Die ist ganz leid. Ich mache es dir wieder einmal vor. Das kennst du ja bestimmt schon, ne? Oh mein Gott. Das ist doch ein Spagat. Wow. Toll. Komm, probier es mal. Diese Motivation. Ich kann mein Bein ganz so rupfen. Was ist das ein Spagat? Oh mein Gott. Was ist das? Ein Spagat. Einseitiger Spagat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist... Ich kann kein Spagat. Das ist wohl eher ein Spagat. Ein Spagat. Einseitiger Spagat. Okay. Gleichgewicht. Gut. Gelenkigkeit. Nein. Jetzt kommt die Sprungkraft. Ich mache es einmal vor. Okay, ich mache es dir vor. Und. Jetzt zu. Oh nein. Aber du darfst deine Hände nicht benutzen. Nur deine Füße. Warte kurz. Okay. Jetzt kannst du. Okay, mach. Also, du musst es einfach nur rückwärts abspielen. Okay, aber einfach nur rückwärts. So. Du hast es auf jeden Fall geschafft. Nein, probier es aber einfach richtig. Und. Okay. Ich habe das Gefühl, Turnpasst auch nicht so ganz so leer. Aber wir sind immer noch nicht durch. Lea, ich weiß nicht, ob du das kannst, aber kannst du einen Handstand? Nein. Nein. Okay, okay. Wenn du das schaffst, dann bist du wirklich ein Profi-Driller. Du musst jetzt versuchen, es muss auch nicht schön aussehen, kurz einen Handschuh zu halten. Und einen Schritt, um den Handschuh zu laufen. Nur einen Schritt. Ich kann nicht mal einen Handschuh zu laufen. Also, viele Leute können ja einen Handschuh, auch wenn sie kein Turnier sind, aber ich kann nicht mal einen Handschuh zu laufen. Probier es mal, probier es mal. Nein, aber nur einen Schritt. Nur einen Schritt laufen. Und. Ja. 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 Ich habe nicht gedacht, dass du das schaffst. So, jetzt kommt der Schwebebalken. Das gehört zum Turnen. Ein Turngerät, was immer dabei ist. Okay, erstmal was ganz Einfaches, okay? Das war es schon? Nee. Einmal hochspringen, okay? Okay. Komm, das schaffst du. Lass. Die Turnerin ist weg. Lea, das schaffst du. Arme schön gerade. Ja, das will ich sehen. Ja, das will ich sehen. Ich drehe mich nochmal eben schnell. Okay, und Lea. Und. Ja. Das war gut. Eine Stufe schwerer. Lea, jetzt musst du dich trauen. Man muss sich aber viele Sachen trauen, mein Turn. Okay. Was machst du jetzt? Ich hoffe, ich traue mich selber. Oh, wie soll ich das mal schaffen? Ja. Ja. Das kann ich bestimmt. Das willst du schaffen. Das schaffe ich niemals. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe mich. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Komm, versuche es. Versuche es. Und. Oh, ja. Was war das denn? Nona, kannst du das auch? Ja. Perfekt. Jetzt probiert es Moritz. Ja, Arme schön. Ja, genau. Das will ich sehen. Arme, ja, ja, ja. Das ist gut. Das ist gut. Ja, ja. Und jetzt. Ja. 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 Ich habe nichts gesehen. Ich mache es nochmal. Ja. Das war gut. Ich lande halt nicht mehr darauf, ne? Das war gut. Das war gut. Ja, das wäre doch krasser gewesen. Okay, okay, okay. Und. Erstmal. Ja. Das war doch kein Ratschlag. Das war doch kein Ratschlag. Man, das sah irgendwie so leicht aus. In dieser Aufräume geht es wieder um Höhe. Ich gehe erst gleich da nach oben. Und du musst springen. Und du musst versuchen, meine Hand abzuklatschen. Okay. Okay. Okay, ich mache es mal einfach. Ja, okay. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Was passiert, wenn ich dich einfach hier runterschubsen würde? Dann würdest du fliegen, weil du das nicht schaffst. Oh mein Gott. Okay. Heute, eigentlich wollte ich mit Johannes eine Turnchallenge machen, aber. Aber ich hatte keinen Bock auf dich, deswegen. Nein, ich weiß jetzt schon, dass du alles nicht schaffen würdest. Jetzt kommt eine sehr ungewöhnliche Aufgabe, Lea. Eine sehr ungewöhnliche Aufgabe. Hat zwar nichts mit Touren zu tun, aber das wird lustig. Diese Wasserhaut da und das Eis da drin. Wir machen es aber mit den Händen. Mit zwei Händen, okay? Ich will bis zu lang, du das auswählst. Und rein da. Oh, das ist kalt. Es ist wie, als würde der Float gut anziehen. Das ist kalt. Als Tourner musst du es schaffen, Lea. Das ist echt kalt. Als Tourner. Als Tourner. Als Tourner stehen. Neun, acht, sieben, sechs. Du hast doch sonst immer alles vorgemacht. Warum hast du das nicht vorgemacht? Stimmt, warum habe ich das nicht vorgemacht? Eine weitere Aufgabe. Versuch auf dieses Trampolin draufzuspielen. Lea, weißt du noch, wo du gewonnen hast, als wir das in dieser Schütze-Gruppe gemacht haben? Weißt du es noch? Du hast gewonnen. Oh, 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 oh mein Gott, Alter, das war geistestackt. Ich will es wiederholen. Ich will es wiederholen. Aber der Fernseher ist kaputt. Ist egal, ich will es wiederholen. Wir machen es jetzt. Und ich will gewinnen. Drei, zwei, eins, go. Nein, ich will nicht wiederholen. Ich will nicht wiederholen. Nein, dass ich wiederholen. Es ist wiederholen, dass ich wiederholen. Ich habe meine Socke verloren. Oh Mann, ich habe wiederholen. Ich habe nicht mehr meine Socke verloren. Ich werde niemals gewinnen. Leute, wenn Corona vorbei ist und ihr hier seid, dann könnt ihr gerne Leas Socke suchen. Die liegt irgendwo da. Leute, wenn euch diese weitere Touren-Challenge von mir gefallen hat, dann lasst euch gerne ein Abo und ein Like da. Und schaut natürlich bei Lea vorbei. Wenn ihr noch mehr Touren-Videos haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns heute übermorgen wieder und tschüss. Ich würde sagen, wir sehen uns heute übermorgen.